Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Titanfall. Wir spielen Materialschlacht auf der Map-Kolonie. Erstmal alle Leute muten. Und? Haugummi raus. So, Truppen der IOMS-Zier und der Milieus treffen in der Enge einer nicht kartografierten ländlichen Kolonie aufeinander. Ähm, wir zocken nochmal mit der DMR, mit der Kertenkanone. Und wir steigen aus. Nummer Inspektor. Wuhu. Pilot, das wird eine Materialschlacht. Eliminieren Sie sämtliche Gegner. Ich mag diese Karte eigentlich ziemlich krass, so. Ähm. Erstmal hier auf die Häuserdächer. Weil man da ein bisschen besser snipen kann. What the fuck? Hat der erst einen Kopfschuss bekommen? Ähm. Nächster hat einen Kopfschuss. Fuck. So. Los geht's. Da springt einer von Dach zu Dach. Bis wir die ganzen Frontsoldaten töten. Fuck. Ja, im Nahkampf bin ich damit echt aufgeschmissen, muss man einfach mal so sagen. Ähm. Die Waffe gefällt mir auch ziemlich gut. Mit Schalldämpfern natürlich. Und aufi. Von Dach zu Dach zu Dach. Und ich sehe alle Gegner. Ja. Da bin ich. Hardcore. Oh. Gehen wir nicht auf den Sack. Telefon. Ich hätte gerne eine Tarnvorrichtung hier drauf. Telefon. Geh aus. Tudududud. Na meine Freunde. Let's go. Bäm. Anvisieren und ab geht. Partikelmauer. Wir punchen den mal in den Abgrund. Kabusch. Alles mal hier reloaden. Er reißt mir die Arme raus. What the fuck? Ähm. Verstärkter Mechwerfer. Und jetzt geht es auf. Mech jagt hier. Kabäm. Ich würde gerne hier hoch. Lass mich da hoch. Mein Freund. So. Jetzt. Sneaken wir uns hin. Und auf. Wie geht's? Kabäm. In den Rücken. In den Rücken. Hier nehmen wir noch einen Titan Assist hin. Und auf geht's in meinen Titan. Kommen steigt aus. Einfach hier mal reinhalten. Und weiter geht's. Wir führen Pilot ausgezeichnet. Wir führen Pilot ausgezeichnet. Oh. Nachladen. Verpisst euch. Erstmal hier verschwinden. Hm. 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 Erstmal auf den Weg da gehen. Weil das war ein nuklearer Ausstieg. Du Arschloch. Fang jetzt erstmal einfach alle Gegner ab. Die ich irgendwo sehe. Ja. Lassen Sie auf gar keinen Fall Boden truppen, der Milit entkommen. Warnung. Wunsch zu zeigen die Wärmung für. Oder entführen Sie es, bevor ein Band rauskommt. Beeindruckende Seeligen. Die habe ich mir noch geholt. Das ist ein nuklearer Ausstieg. Letzter. Ja. Zwei Titan Kills. Ich bin echt der Letzter geworden. Krass, ey. Ja. Mir hat es auf jeden Fall mega gefallen diese Runde, muss ich sagen. Und ja. Mal schauen. Mal schauen, was so die nächste Runde Titanfall bringt. Ich habe die Kettenkanone XO16 Kadenz erhöht, wenn du die Feuertaste länger hältst. Chaka. Ich wünsche der Green Spider viel Spaß bei dem, was er auch immer tut. Hau da rein, Green Spider. Ich habe der Green Spider gerade eine Nachricht geschickt in dem WhatsApp. Ähm. Ähm. Titan Loadouts. Kettenkanone. Erst mal hier. Die Kettenkanone. Verbessern. Ähm. So. Der hier an, Piloten-Loadouts. Da wollte ich doch mal gucken, wann ich die nächste Waffe kriege. Stufe 39 und wir sind Stufe... 38. Ein Level noch. Nehmen wir den noch hier mit. Auf jeden Fall hier die Tarnung. Wie viele Burn-Karten ich einfach habe? Das ist einfach zu viel. Zu viel. Zu viel. Einfach zu viel. Lagune. Materialschlacht. Ich finde die Karte sehr schön, muss ich sagen. Die ist nicht so schön zum Snipen, muss ich sagen. Wie nicht persönlich. Aber ich versuche es nochmal. Spectre, Spectre. Ab hier hoch. Ab hier hoch und... Freie Bau mit Marzipan. Wie benutzen. What the fuck? Ah, das wollte ich doch gar nicht. What the fuck? What the fuck? Yeah! Stufe 39. Scheißig. Zeu ist Titan ausgeschaltet. Geh los. Wir treten es in zwei Minuten einsatzbereit. Ähm. Kabu! Ha 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 ha. Los. Wir treten es in 60 Sekunden einsatzbereit. Okay, das ist einer von mir. Good to know. Erster im Team, was geht ab, meine geilen... Ich will noch nicht in den Titan wechseln. Ich möchte erst mal raus. Inspekte... Okay, da leuchtet erst mal nichts. Ab hier drin. Mal die ganze Butze hier von hinten ein bisschen aufräumen. Ihr Titan ist abhochbereit. Wass auf Ihr Signal. So. Ähm. Mal schauen, ob ich den so treffe. Nop. Der ist auch down. Boah, das wird die ideale Runde, glaube ich. Und los geht's. Beim alles nachladen. Wir verlinken die Terroristen. Der Widerstand lässt nach. Setzen Sie den Kampforten beklärt. Der ist gescheitert. Am oben vorbei. Was ist auf die Dinger an? Gerade einer hochgesprungen. Alter, Vater. Give me Titan. Oh Mann. Oh, lass mich da rein. Die Lotensteuerung aktiviert. Die schießt echt immer schneller. Geil. Krühe mal dem erstmal ordentlich Damage rein. Alter, Vater. Habe ich den sogar noch mitgenommen. Alter, aber wie geil das einfach ist, dass die Waffe immer, immer, immer schneller wird. Wo bin ich denn hier? Bin ich unter so einem Haus gelandet? Ich bin unter so einem Haus gelandet. 6-6 an alle Einheiten. Wir stehen vor dem Sieg. Die Schlag ist fast vorbei. Gute Arbeit. Erstmal hier den Titan noch fertig machen. Lass mir alles nachladen. Aber einiges von Sprenger Eintrachtung sind schnochen. Das ist hier für mich der Pause. Den haben wir uns auch noch geholt. Warum pimmelte da noch ein Speck da rum, oder? Fuck. Wieder letzter. Er wäre ein Dritter im Gegnersteam. Ich muss sagen, zwei geile Runden hingelegt. Hier, ein Verlust, einmal gestorben, fünf Piloten-Kills, einen Titan-Kills, neun Fußfall-Kills, ja. Guckt euch mal, wie oft die anderen gestorben sind. Der erste im Gegnersteam ist elfmal gestorben, ja. Ich behaupte einfach die wenigsten Deaths von denen, die mitgespielt haben, weil der letzte im Gegnersteam hat ja keine Runde mitgespielt, sonst hätte er jemanden getötet. Ja, das war's dann auch mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß damit. Ich hatte auf jeden Fall Spaß und haut da rein. Bis zur nächsten Folge, aber ich schau jetzt erstmal, wie die neue Waffe ist. Weil das interessiert mich mega. Und ja, leichtes Maschinengewehr. Was nehmen wir denn dafür raus? Den hier nehmen wir dafür raus. Und dafür nehmen wir hier die Spitfire-LMG. Haut rein! Bis zum nächsten Mal!